«Wir sind Franzosen, nur Deutsch, nur Deutsch und wieder Franzosen. Sie haben uns mit Gewoll und ins Dritte Reich gehängt.» Es ist ein kleiner Film, eben ein grosses Thema, der Krieg und der Malgrinow. Ein Film, wo ein paar Freunde hier gedreht sind, in der Gejit von Hunsburg. Die Geschichte hat sich ein junger Realisateur ausgedenkt, Benjamin Steinmann, und wir entdecken. Eine Gedenkstätte für den Zweiten Weltkrieg. Im Musee de l'Habrie in Hotte haben sich die Schauspieler vom Film «Originale Uniforme» ausgelegt, für den Schicksal von 130.000 Elsässer und Lothringer, «Incorporé de force in de Wehrmacht, so not wie medisch» zu kommen. Bei ihm ist der Volk geworden, da musste man mit Siewitze in die Wehrmacht gehen. De Julien spielte Teacher-Soldat. Die Originalspruche sind im Film respektiert. Keine Ahnung. Ich habe ihn so entdeckt. Die Schauspieler sind alle Amateurs aus dem Freundeskreis von Benjamin Steinmann. Der junge Realisateur vom Beruf aus, Infografist, hat einen Film lang vorbereitet, dass er so realistisch wie möglich auszieht. Das ist nicht einfach zu reden. Das ist warum ich gewollt, dass die Akteure und mir 100% drin gewonnen sind. Und mit dem Kostüm muss auch alles stimmen. Wenn ich bekomme, dass er ja, sie will das, man sagt, Achtung. Wenn er es macht, wenn er es im Sinn, findet die Pflicht der Erinnerung. Nicht, weil du Soldaten spielen und alles. Denn in dem Moment wäre es das, was ich schon gesagt habe, unsere Partei der Historie. Und das wollen wir nicht. Wir haben das Uniform. Uniform für die Sowjets, für die Amerikaner. Wir haben die Bosch. Und dann? Für die Nazis, wir haben die Désertoren. Das ist ein Bild von Soldaten, von Malgrenu. Und sie haben jetzt gesagt, okay, wir gehen fort von Russland, von Polen. Die sind ganz verloren. In ihren Kopf sind sie verloren, in ihren Lagen sind sie verloren. Und das ist wichtig geworden, gerade Versailles von Leuten, die sind noch jung geworden. Das ist ja kein schönes Krieg, so wie uns. Die Idee ist ihm hingekommen, als er mit 12 für die Zeit lang in einem Rollstuhl verbracht hat und Zeugen vom Krieg hat er erinnert. Letztes Jahr hat er seiner Kindes Traumverwehr gelistet und den Film im Norden vom Elsass gedreht. Kannst du noch den Platz? Ja, da sind wir gewarnt. Da haben wir eine Feier gemacht, gerade mit dem André. Et action! Da ist es da, das hat mir nach einem Großvater geschnitzelt, wie er im Krieg geworden ist. Da ist er mit der Wehrmacht geworden, da ist er ein Gefangener geworden. Wenn es ja da geschnitzelt hat, müssen sie da am Front gewarnt sein in Russland. Jüngere Leute wie ich oder noch jüngere, die wissen das gar nicht, das ganze Ding, was die alles mitgemacht haben. Und da bin ich durchaus ziemlich stolz, dass wir jetzt den Leuten zeigen können. Da ist der Film, was die alles mitgemacht haben. Die Dreijorweite haben ein ganzes Jahr gedürt. Wir haben einmal richtig geglaubt, dass Jonathan, der, der Hauptrolle hat im Film, war er noch in seiner Tenue, in der Mordtenue und ist da mit seiner Freundin rumgelaufen. Und auf einmal ist mein Vater, mein Traktor, ruft vor. Und Jonathan kommt mit seiner Freundin und Baba hat einfach den Tee gemacht. Malgré nun bliefe aber nur ein dramatisches Thema. In Hunsborg hat die Grossmomme von Benjamin viel drüber erzählt. Die haben eine Böse-Stunde erlebt, die Böse. Sie haben sie eingewickelt und eingezogen, so kann man sagen. Sie haben sie fantasiziert. Und als sie zu den SS gekommen sind, sind sie da ja schon aufgegangen, was sie da haben müssen machen. Meine Grossmutter ist auch viel schuldig. Sie hat mir gesagt, einmal, ich habe niemals das Reden davon. Am Anfang, ganz Anfang des Projekts, haben viele gesagt, nein, Benjamin macht das nicht. Weil das ist delikat und das Reden davon ist immer kompliziert. Aber ich habe gesagt, nein, ich mache es doch trotzdem. Der Film ist in Sulz-Souffuré präsentiert worden und kommt in verschiedenen Kinesen von Havenau und Strauss-Burie. Sein Artikel, In Memoriam. Wenn wir uns noch dankbar leben, Frankreich verpasst, dann weiß ich ja nicht.